servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es geht mal wieder um eine statistik der aktuellen mmo spieler zahlen und aktuell müssen wir sagen um world of warcraft sieht es nicht so gut aus beziehungsweise final fantasy 14 wischt gerade nach allen regeln der kunst den boden mit world of warcraft auf anders kann man es nicht sagen die ganzen zahlen stammen von mmo populations die einen eigenen algorithmus haben um die spielerzahlen zu ermitteln wird wohl stündlich refreshed ich sage dazu aber vorsicht die sind zumindest was final fantasy und so weiter angeht ziemlich genau in sachen wo w da blizzard selber keine zahlen mehr angibt es ist schwierig zu sagen ob die zahlen hier der seite stimmen ich würde mal sagen es geht in die richtige richtung auch ist aus erfahrungen aber ja komplett drauf verlassen würde ich mich nicht wobei wir in dem fall jetzt final fantasy hat ein neues addon rausgebracht in dem fall sind die zahlen schon ziemlich akkurat von steam beispielsweise kriegt man zahlen die zwar deutlich geringer sind als der eigentliche launcher aber es zeigt schon an dass die zahlen hier in die richtige richtung gehen das ist so eine jährliche bilanz der gesamtspieler pro tag wird hier jeweils abgerechnet da ist wohl mmo ww noch auf platz eins wobei ich mir das sehr sehr schwer vorstellen kann wenn ich ehrlich bin also wir sehen hier das sind durchschnittszahlen die monatlich aktiv ist und wenn das so stimmt dann würde final fantasy pro tag aber deutlich auch über 100 millionen spieler kommen und würde world of warcraft deutlich weg crashen das sind die zahlenentwicklungen der letzten fünf jahre für final fantasy 14 und hier sehen wir dann das addon wurde ja verschoben und jetzt im dezember sind die zahlen deutlich angestiegen das hier ist der durchschnittswert mit 2,3 millionen spielern wenn wir das auf tägliche spielerzahlen zurückrudern ist das ganze deutlich höher hier hatten wir den peak bei über 3,4 millionen also das halte ich auch für realistisch final fantasy 14 großer hype große warteschlagen liest man eigentlich jeden tag davon ist schon ziemlich krass was die da rausgehauen haben wenn wir das jetzt vergleichen mit world of warcraft da sieht es nicht ganz so gut aus aber man muss jetzt sagen das soll nicht als bashing gemeint sein hier gerade ich denke es sind einfach fakten mehr oder weniger dass final fantasy gerade beliebter ist world of warcraft ein schwieriges addon hinter sich hat aber wir sehen anhand mancher peaks dass da doch noch einiges gehen kann hier das war so die zeit wo mage tower und so weiter raus kam und die legion m plus sachen in den usa das hat zu einem angeblichen increase der population geführt ich kann mir nicht vorstellen dass das beispielsweise an einem tag wieder über eine million leute gesunken sind also ich glaube der abstieg wird kleiner gewesen sein aber auch laut dieser website noch über eine millionen spieler pro tag und wir kamen in diesem jahr von angeblich über vier millionen aktiven spielern das wäre halt ein ziemlich starker verlust über die letzten fünf jahre gesehen war der peak bei über sieben millionen spielern angeblich im vergangenen dezember müsste dann mit bfa gewesen sein ach nee das war der shadowlands launch so rum das wurde ja auch verschoben auf ende november rum ist ganz interessant wobei ich mir da auch nicht so sicher bin ob shadowlands wirklich in den letzten fünf jahren das beliebteste addon zum start war ich glaube da hätte legion wahrscheinlich mehr aber egal in sachen wo w bin ich mir bei den zahlen jetzt nicht ganz so sicher aber final fantasy finde ich ist ziemlich akkurat was man aber auch nicht vergessen darf ist dass wo w classic eben auch noch eine spielerzeit mit sich bringt also das kann in dies oder wenn du es aufs unternehmen beziehst kannst du das bei blizzard noch mit reinrechnen so gesehen und auch da haben wir wenn ich mich recht in sind ein paar hunderttausend aktive spieler pro tag hier sind jetzt 485 tausend also wärst du dann bei weiß ich 1,6 1,7 millionen je nachdem wie sehr die zahlen stimmen es sah schon mal besser aus für wow aber für ein spiel was über 17 jahre draußen ist und noch spielerzahlen angeblich im siebenstelligen bereich pro tag hat ich glaube da kann man sich nicht zu beschweren und gerade jetzt in der zeit es geht auf weihnachten zu die leute haben teilweise urlaub ich glaube da sollte man das nicht ganz so eng sind aber final fantasy 14 das war zu erwarten neue expansion kommt raus dass die da dominieren war klar aber was man dann auch sieht im vergleich zu final fantasy 14 bringt eine neue erweiterung aus im vergleich zu was wir eben gesehen haben neue ww erweiterung ww zieht dann doch noch mal eine ecke mehr wenn was neues rauskommt und ich denke spätestens wenn das neue ww addon kommt ich weiß nicht ob nach shadowlands so viele spieler zurückkehren werden aber wenn das addon gut ist wird sich blizzard bestimmt einige spieler zurückholen also schauen wir mal wie sich das weiterhin entwickelt in diesem sinne danke fürs zusehen schreibt mir eure meinung dazu gerne in die kommentare haben von euch vielleicht auch ein paar final fantasy 14 gespielt die neue erweiterung schreibt mal gerne in die kommentare wie es so ist mich juckt das spiel jetzt nicht so wirklich bin ich ehrlich ist nicht mein stil aber ich freue mich für jeden der spaß daran hat und das ist letzten endes das auch ist egal mir persönlich ob jemand ww spielt oder shadowlands oder final fantasy oder sonst was es ist eure freizeit spielt was ihr wollt und habt einfach spaß dabei fertig schluss aus mickey maus damit bis zum nächsten video reingehauen